Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum ITS-Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 4. März 2024, 10.22 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wider, nicht die der Societe General. Das Beispiel AMD hat gezeigt in der Vorwoche, was auch mit prozyklischen Ideen möglich ist. Vielleicht war der ein oder andere dabei oder ist noch dabei. Das ist sehr gut aufgegangen. Ein ähnliches Setup habe ich heute mitgebracht bei Amazon, wobei diese Aktie das Ausbruchssignal in der Vorwoche schon geliefert hat. Außerdem heute im Video Coinbase. Die hatte ja ihre Premiere im Januar. Da war es eher eine antizyklische Idee. Jetzt ist dieser Wert natürlich mit dem Bitcoin im Hintergrund, der sich in großen Schritten dem Allzeithoch nähert, gerade im großen Bild einen Blick wert. Also hier werden die Weichen im großen Bild gestellt. Wir starten mit Amazon und das ist ja einer der wenigen Werte der großen US-Tech Unternehmen, der noch kein neues Allzeithoch markiert hat. Deswegen hier schon mal der erste Hinweis. Die Hochs aus dem Jahr 2021 stammen bei 188,65. Stammen also vom November und Juli und notieren in diesem Bereich. Somit hat man zunächst mal noch eine Zielmarke für diese Aktie, was ja bei vielen anderen Werten klassisch fehlt. Und man hat zudem noch einen weiteren Trigger, nachdem wir uns jetzt nach und nach lösen können von der Marke von 172,65. Das, wenn wir über 188,65 ansteigen, dass die Korrektur seit 2021 final beendet worden ist und die Aktie dann deutlich höhere Kurse noch ansteuern kann. Nur mal als Beispiel würde man jetzt diese Geschichte hier als große Bodenformation sehen, könnte man die Höhe dieser Formation nehmen und das würde sogar auf Kurse im Bereich 211,212 Euro dann als Potenzial hinweisen. Auch interessant, die 161,8er Extension hier stimmt relativ gut überein. Da fehlt nicht viel mit dem bisherigen Allzeithoch. Das Ganze hier unter der Lupe oder vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber hier diese Unterstützungszone. Die Aktie hat sich sehr gut an den Charttechnischen Marken orientiert. Erst der Ausbruch nach unten, 2022 bärischer Pullback, dann das Januar, nicht das Januartief, das Jahrestief 2020 angesteuert, wieder in diesem Kursbereich sich aufgemacht um 145 Dollar, dann der Abpraller, Ausbruch, Rücklauf, wieder jetzt der Ausbruch und nach einer Konsolidierung das nächste Kaufsignal. Also man muss schon sagen, da haben wir schon ganz andere Aktien hier in diesem Videoformat gesehen, wo es immer mal wieder auch Fakes von nach oben und wieder auch unten gab. Hier sehr schön zu bestimmen die Charttechnischen Marken und der Wert orientiert sich dann auch sehr gut daran. Das Ganze wie immer unter der Lupe hier noch mal im Tageschart. Die Aktie hat im Februar ja ein Gap gerissen, ist dann noch mal ein bisschen in das Gap hinein gelaufen, hat zweimal den Support bei 165,75 bestätigt, hier so einen kleinen Boden ausgebildet, den Boden im Übrigen dann auch wieder per Gap aktiviert, dann noch mal eine Konsolidierung und in der Vorwoche dann ein neues Jahreshoch. Wir sind also über das bisherige Jahreshoch bei 176,37 ausgebrochen, wie auch leicht schon über die Widerstandsmarke hier bei 177,70. Insofern ist dann der nächste Zielbereich, dass die Widerstandszone um das Allzeithoch 188,11 bis 188,65. Bis dahin könnte man sogar kurzfristige Trades verfolgen mit Absicherungen spätestens unter 165,75. Und wie gesagt, wenn dann der große Ausbruch von Starten geht, über 188,65 sind auch Kurse deutlich über 200 Dollar möglich. Wann wird es schwieriger werden? Wenn die Aktie jetzt im Wochenverlauf wieder nach unten absackt, dann könnten die Bären nach und nach die Gaps in Angriff nehmen. Den kurzfristigen Trend hier im Tageschart sehe ich aber erst unterbrochen, wenn die 165,75er Marke fällt, dann wäre ein Gap-Plus bei 159,76 wahrscheinlich. Zweite Arrivate, wenn Sie etwas handeln möchten, auf die Aktie von Amazon. Hier haben wir mit der WKN SV5R3U einen Turbo Endless Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 119,50,60 und der Hebel um die 3. Das Short Pendant SF9RYZ Turbo Endless Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle 238,08, der Hebel auch hier um die 3. Das sind nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte in diesem Fall. Viele weitere Derivate natürlich auch auf Aktien wie Amazon und Coinbase finden Sie unter www.sg-zertifikate.de. Wir haben einen neuen Trading Monat März und damit endet, dass die Aktion mit der Comdirect geendet, aber wir haben natürlich viele weitere Aktionen der Partner, die bis Jahresende laufen. Zum Beispiel die Consors Bank, hier handeln Sie alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Société Générale ab einem Ordervolumen von 1000 Euro gebührenfrei bis Ende des Jahres und dann geht das weiter. Vielleicht noch ein Hinweis auf die zahlreichen Neo Broker. Bei Trade Republic haben Sie alle Hebelprodukte der SG schon ab einem Ordervolumen von 0 Euro, also ab dem ersten Euro gebührenfrei. Dann haben wir Traders Place, hier gilt ein Mindestordervolumen von 500 Euro und auch noch erwähnenswert hier zum Beispiel JustTrade, wo ebenfalls ein Mindestordervolumen von 500 Euro gilt. Also ich sage es an dieser Stelle immer wieder, nutzen Sie diese Aktionen, um Gebühren zu sparen und dadurch auch die Profitabilität im Trading zu erhöhen. Wir kommen zur zweiten Aktie. Wie gesagt, Premiere gefeiert im Januar und das sehr erfolgreich. Die Aktie von Coinbase ließ sich in der Vergangenheit wunderbar charttechnisch auswerten. Wir haben ja einen massiven Abverkauf gesehen, natürlich die Parallelen zu Bitcoin bis Ende 2022. Als der Bitcoin dann das Tief markiert hat, hat auch die Aktie das Tief markiert, ist deutlich angestiegen. Dynamische Anstiege immer wieder unterbrochen mit Korrekturen, das heißt es geht impulsiv aufwärts. Zuletzt dann ein wunderbares Kursverhalten. Zunächst das prozyklische Kaufsignal im vierten Quartal 2023. Dann der Pullback und im Bereich dieses Pullbacks, der ein oder andere wird sich erinnern, hier im Januar hatten wir den Wert erstmalig antizyklisch vorgestellt. Es gab dann sogar noch mal eine Chance im Februar, noch mal antizyklisch tätig zu werden. Jeweils waren gute Anstiege hier drin. Der letzte Anstieg brachte dann den Wert an das Jahreshoch 2023. Und wie Sie jetzt sehen, geht es hier wirklich um ganz große Entscheidungen. Zum einen hat die Aktie schon leicht überschritten in der Vorwoche die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch 2,21. Hier haben wir nur zwei Auflagepunkte, aber immerhin. Und dann diese Horizontale, auch noch sehr wichtig, wenn man das mit Amazon vergleicht, gab es ja hier auch noch mal 2,22 in dem bärischen Pullback bei 208 Dollar. Der Schlusskurs am Freitag 205,77. Also da wird es jetzt auch drauf ankommen, dass wir diese Marke hinter uns lassen. Und dann wäre natürlich deutliches Potenzial vorhanden, wenn man hier von der Impulsauffächerung sprechen würde und auch der Bitcoin das Allzeithoch überschreitet, wären hier perspektivisch sogar Kurse wieder drin um 368,90, 429,50. Das ist noch ein weiter Weg. Deswegen auch noch mal der Hinweis, der Ausbruch ist noch nicht vonstatten gegangen. Die Aktie kann jetzt natürlich sich auch hier festfahren, aber ich möchte sie auf jeden Fall schon mal jetzt hier mit reinnehmen, weil der Hinweis wichtig ist. Wenn nämlich ein solcher Ausbruch vonstatten geht, dann kann es auch sehr schnell gehen. Wer auf einen solchen Ausbruch spekulieren möchte, hätte natürlich den Stopp zu setzen spätestens unter das Jahrestief, was sehr weit entfernt ist. Man könnte aber auch jetzt schon das Tief hier bei 160,66 als Bezugspunkt nehmen. Im großen Bild wäre selbst ein solches Szenario nicht schlimm, sondern würde noch mal Chancen bieten. Heißt also, die Aktie würde noch mal zurücksetzen an diese Triggerlinie des Bodens und dann erst anziehen. Das kann man im Hinterkopf behalten, wäre allerdings derzeit nicht mein Favorit. Das Ganze auch hier unter der Lupe im Tageschart, also der ein oder andere wird sich erinnern, hier im Januar schon den kleinen Boden ausgebildet, da waren schnelle Gewinne drin. Dann hier noch mal eingetaucht in diese grüne Zone aus 61,8er Retracement und dem letzten Hochpunkt hier lässt sich diese ableiten und da ging es dann wirklich dynamisch nach oben. Also man sieht auch, dass man hier die Positionsgröße wirklich mit Bedacht wählen sollte, weil es war hier ungehebelt schon ein Anstieg von 65 Prozent. Wenn man dann natürlich noch hebelt, dann ist das Ganze locker dreistellig, aber der Hebel wirkt natürlich auch mit dieser Volatilität auf der Unterseite. Es gab dann nach diesem nicht gelungenen Ausbruch noch mal sogar einen Rücklauf auf die 161,40. Also auch hier wunderbares Kursverhalten. Jetzt der nächste Anstieg. Ein kleiner Trigger liegt hier bei 212,22 im Tageschart. Der größere Trigger meiner Ansicht nach die 208 Dollar Marke im Wochenchart. Sie sehen, dass seit vier Tagen hier Stillstand herrscht. Also es sind hier durchaus noch Umwege auch zur Unterseite möglich. Antizyklische Kaufchancen 187,39. Das müsste ich eigentlich hier rot einzeichnen. Und dann haben wir noch die 161,40. Prozyklische neue Muster, dann neue Kaufsignale über 212,22. Absicherungen, wie vorher auch im Wochenchart gezeigt, würde ich machen, spätestens unter 161,40. Also hier lagen die Tiefs bei 161,19 und 160,66. Kann man sich die 160er Marke recht gut merken. Im großen Bild ist diese Aufwärtsbewegung voll intakt, solange wir das Jahrestief bei 114,51 nicht unterschreiten. Zweite Errivate auch auf die Coinbase Aktie. Auch hier mal der Hinweis, dass diese Aktie natürlich massiv am Bitcoin hängt. Hier hat man allerdings auch noch die Fantasie mit den Bitcoin Spot ETFs, dass Coinbase als Verwahrer agiert. Das ist der Unterschied zu vielen meiner Aktien, die man ja auch durchaus kritisch sehen kann. Also bei Coinbase hat man zu einem natürlich die Fantasie mit der Kryptobörse und zum anderen dann auch das Coinbase als Verwahrer vieler Spot ETF-Anbieter agiert. Also die Bitcoins werden dann bei Coinbase hinterlegt. Mit der WKN SU9ZGF, ein Turbo Endless Call. Hier haben wir den Basispreis bei 144,93 knapp, K.O.-Schwelle 176,51 und dann das Short-Produkt SH2088, Turbo Endless Put 291,55, der Basispreis 230,46 die K.O.-Schwelle. Der Hebel bei 2,9. Bleibt mir nur Ihnen einen wunderbaren Wochenstart zu wünschen und wir hören uns dann gerne wieder, wenn Sie möchten, kommenden Montag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.